Thomas Gessler ist ein deutscher Schauspieler und Moderator. Von 1989 bis 1990 besuchte er die Pfuinansbühne in Siegmaringen unter der Leitung von R. Hauser, Gepparat und S. Busch. Nach der Schauspielausbildung bekam er sein erstes Engagement 1993 unter der Regie von Rainer Mazzutani als Gleisarbeiter in dem Projekt Aus dem Reich der Schatten. Es folgten kleinere und größere Rollen bei diversen Serien wie die Biester, die Fahler Statut K-11 Kommissare im Einsatz, Lenzen und Partner und Expedition Wissen. 2001 absolvierte er zum einen eine Ausbildung als Moderator und zum anderen Praktiker in der digitalen Schnitttechnik bei dem regionalen Radiosender Radio 7 im Studio Tüttlingen unter der Leitung von Ilona Leicht. Er hatte deutschlandweite Engagements als Moderator, von Event- und Messemoderationen verschiedener Modeschauen, Moderationen beim regionalen Fernsehstudio Euro 3 bis hin zur Moderation im Olympiastadion in München 2002 bei den Leichtathletik-Europameisterschaften. Gessler ist als freier Schauspieler und Moderator und nur noch gelegentlich auf der Bühne zu sehen, da er seit mehreren Jahren als Motivationstrainer, Coach und als Dozent in dem Bereich Personaltraining tätig ist. Synchronisation Als Synchronsprecher Lieru A in der Serie Tartort in der Folge Romeo und Julia einem italienischen Hochzeitsgast und einem Polizisten seine Stimme. Auch für den Dokumentarfilm Perfingen Deine Heimat von Manfred Kuller gab er seine Stimme. Filmografie 1993 Aus dem Reich der Schatten 2001 Die Biester 2002 Die Fallers eine Schwarzwaldfamilie 2002 Tatort Romeo und Julia 2002 Tatort Bienzle und der Taxi-Mord 2002 Tatort Flashback 2003 Lensen und Partner 2003 Homo Faber Mollet Vision 2003 Tanatos 2004 K-11 Kommissare im Einsatz Mord vor dem Alter 2005 Tatort Bienzle und sein schwerster Fall 2006 Bobby K. Downhill 2007 Expedition Wissen Schottland Wasser des Lebens 2008 Smart International 2009 Die Täter Herb Die Täter Allein Bescheidung von Ellin Bad